Wissenschaftliche Erkenntnisse und der weltweit steigende Body Mass Index zeigen die Notwendigkeit einer längeren, diesen Bedürfnissen angepassten Tracheostomie-Kanüle. Die Trachyotist Plus-Kanülen entsprechen diesen wachsenden Anforderungen in Funktion und Design. Es gibt vier Standardtypen, mit und ohne Kaff und jeweils mit und ohne Fensterung und zwei Typen mit subglottischer Absaugung. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf den geringen Außendurchmesser bei gleichzeitig großem Innendurchmesser gelegt. Beispielsweise ist es dadurch möglich, einen beatmeten Patienten, der eine klassische Twist-Kanüle in Größe 8 trägt, mit einer Twist Plus in Größe 9 bei gleichbleibendem Außendurchmesser zu versorgen. In diesem Beispiel bedeutet das 1 mm mehr Innenlumen und 60% mehr Luft bei gleichem Beatmungsaufwand. Länge und Biegewinkel der Kanüle sind den heutigen Bedürfnissen angepasst, mit kardanischer Schildaufhängung und geschwungener Schildform. Die gefensterten Kanülen haben auf dem Außenbogen eine multiple Fensterung und am Innenbogen zwei zusätzliche Fonationslöcher und somit eine Doppelfensterung. Die beiden zusätzlichen Fonationslöcher unterstützen die Umleitung der Atemluft. Das Sortiment unserer Trakyo Twist Plus Kanülen wird durch die Trakyo Twist Plus Extraktkanülen kompletiert. Unser Produktions- und Entwicklungsstandort ist Deutschland. Damit sichern wir unser Qualitätsniveau und sind stolz auf unsere innovativen Produkte. Die Twist Plus Extraktkanülen mit subglottischer Absaugung unterstützen unter anderem im Sekretmanagement und bei der Wappprävention. Diese Kanülen sind mit einem flachen und breiten Absaugkanal ausgestattet. Der Kanal ist in der Höhe um mehr als die Hälfte reduziert im Vergleich zum Absaugschlauch des Vorgängermodells. Dieser Test zeigt eine Verbesserung der Absaugleistung im Vergleich zum Vorgängermodell links. Durch den größeren Strömungsquerschnitt und die daraus resultierende, effizientere Absaugleistung wird das Sekret im Vergleich zum Vorgängermodell restloser und schneller entfernt. Die Twist Plus Extraktkanülen gibt es in zwei Ausführungen. Mit neuartigem Absaugkanal oder als multifunktionale Kanüle mit Absaugkanal und zusätzlicher Doppelfensterung. Mit nur einem Kanülentyp. Beatmen, Absaugen, Sensibilisieren, Kommunizieren, Entwöhnen und Dekanulieren. Beide Twist Plus Extraktkanülen sind zur Anwendung der ACV-Methode, also die Möglichkeit zu sprechen unter Beatmung zugelassen. Die Tracö Twist Plus Extrakt und Twist Plus Kanülen gibt es in den Größen 7 bis 10 einzeln oder im Tracö Expert Set für percutane Dilatationstracheotomie vormontiert auf einer minimal traumatischen Einführhilfe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020